Herzlich Willkommen zu meinem BWIM Test. Heute möchte ich euch die Live-Wetten und Live-Streams von BWIM zeigen. Im Live-Wettenbereich seht ihr wie gewohnt links sämtliche Sportarten und verfügbaren Partien. Alle Partien die einen Livestream haben, da ist ein kleines Videosymbol angezeigt. Wählt ihr eine Partie aus, kommt ihr sämtliche Wettmöglichkeiten und Quoten angezeigt und auf der rechten Seite den entsprechenden Stream. Den Stream könnt ihr auch direkt hier auswählen. Könnt ihr noch minimieren, vergrößern, was in dem Moment keinen großen Unterschied macht. Möchtet ihr eine Live-Wette abschließen, klickt ihr einfach auf die entsprechende Quote. Dazu müsst ihr nur noch einen Einsatz eingeben. Das Minimum beträgt bei BWIM einen halben Euro. Klickt so einfach auf eure Wetten. Der Wettschein wird angenommen und ihr erhaltet nur noch eine Bestätigung. Und das war's.